hallo liebe elektronik freunde heute werde ich eine esd schutzmaßnahme machen mit unterschiedlichen filter und quasi einmal lc filter noch einmal mit einem höheren war istor und dann nochmal ein tvs esd suppressor ein widerstand und das letzte werden wir nicht ausprobieren weil da ist gar keine maßnahme um das zu testen brauche ich meine reizende assistentin und sie wird mir dabei helfen das ganze noch mal zu überprüfen bitte würdest du bitte den finger auf das erste feld legen so das ist diese lc filter da haben wir geschossen hast du was gespürt also es bestätigt es funktioniert dann legt man ein finger auf das zweite feld da haben wir auch ein höheren impedance mit einem kondensator auch ein lc filter auch noch mal schießen hat gefunkt hast du was gespürt nicht das nächste ritter feld das ist ein war istor und diese war istor hat jetzt auch die maßnahme dass hier die überspannung schutz entsprechend abfiltert was du hast gespürt hat auch nicht funktioniert also dvs diode esd suppressor quasi noch mal für eine hohe spannungsbegrenzung geschossen hat also das funktioniert auch so letzte maßnahme bei dem widerstand das was gespürt das ist auch normal weil einem widerstand ist nicht die richtige maßnahme für überspannung schutz definitiv ich würde empfehlen für überspannungsmaßnahme einen esd suppressor tvs oder ein war istor dafür zu verwenden für sehr schnelle datenleitungen lc filter weil es nicht das richtige weil das signal mit beeinflusst wird also ich hoffe hat euch spaß gemacht sehen uns nächstes mal bis dann tschüss